Ja, kleiner Nachschub noch zur Ernährungsformel vom Rechteckverfahren. Entsprechend, wie viele y-Werte ihr hier braucht, denn ihr geht ja bis y n-1. Also, ich hatte ja hier in dem Video das Beispiel, wir hatten 1, 2, 3 Bereiche. Stellt euch jetzt vor, im Text wird angegeben, immer noch linke Grenze ist a gleich 1 bis b gleich 4, aber ihr unterteilt jetzt in n gleich 10 Bereiche. Das wäre jetzt hier nicht mehr einzuzeichnen, nicht mehr übersichtlich. Ihr habt n gleich 10, das heißt, ihr müsst bis zu welchem y-Wert gehen. Wenn n gleich 10 ist, geht ihr bis 10 minus 1 bis y 9. Das ist wichtig, weil in dem Video ja vorher geklärt ist, was ihr einsetzen müsst. Ihr startet bei y 0, dem ersten y-Wert, den ihr hier in die Formel einsetzen müsst. Den kriegt ihr raus, indem ihr entsprechend a, die linke Grenze 1, plus i ist als erster Wert 0 mal, entsprechend eingesetzt, kommt dann der x-Wert raus, den ihr in die Funktion einsetzen müsst. Das macht ihr dann für i gleich 1, i gleich 2 bis 10, wurde hier eingesetzt für n, wegen 10 Teilbereiche, minus 1 ist 9, bis y 9, also bis ihr bei 9 für i angelangt seid. So wisst ihr, wie viele ihr hier, wie viele Werte ihr hier entsprechend ausrechnen müsst. So wisst ihr lasst, wie viele Werte ihr euch qualifte, bis ihr bei 8, bis 10 live. Dann geht's, wie viele Werte ihr euch hier im Auftrag des Werte ihres. So wisst ihr, wie viele Werte ihr euch hier in die Spiele. Okay, ihr wisst ihr euch hier. Vielen Dank.